Guten Tag, ich bin Mr. Time und beanspruche gerade ein paar Sekunden Ihrer Zeit. Aber glauben Sie mir, danach werde ich Ihnen nur noch Zeit schenken. Das Thema Zeit fasziniert mich seit jeher. Was bringt Sie und was nimmt Sie uns? Keine Angst, ich philosophiere gar nicht weiter, sondern schreite gleich zur Antwort. Ich bin ein Zeitoptimierer und nehme Ihnen die ganze mühselige manuelle Planung, Erfassung und Verarbeitung ab. Mit Abacus planen Sie die Personaleinsätze. Die Mitarbeitenden hingegen erfassen ihre Arbeitszeiten, Spesen, Absenzen und Leistungen gleich selbst via Smartphone, Stempeluhr, Beacon oder im Webbrowser. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Pausenkorrekturen werden automatisch und gesetzeskonform abgerechnet. Mit der Abacus-Zeiterfassung lässt sich jedes Arbeitszeitmodell und jeder Gesamtarbeitsvertrag abbilden. Sämtliche erfassten Daten können Sie überall und jederzeit abrufen und auswerten. Dazu kommt, die erfassten Daten können in der Lohnbuchhaltung oder in der Projektverwaltung weiterverarbeitet werden. Manuelle oder Doppelerfassungen gehören fortan der Vergangenheit an. Mit mir wird das Personalmanagement um ein Vielfaches effizienter, weil ich Ihnen fünf große Aufgaben abnehme. Planung, Erfassung, Berechnung, Auswertung und Verarbeitung. Speditiv, fehlerfrei und rund um die Uhr. Die integrierte Gesamtlösung für jedes Unternehmen. Sie sehen, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Gerne komme ich bei Ihnen unverbindlich vorbei, um Ihnen die Vorzüge des Systems im Detail zu zeigen. Vereinbaren Sie doch gleich jetzt einen Termin mit mir. Ich freue mich auf Sie. Gehen Sie mit der Zeit. Also mit mir. Ich freue mich auf Sie.